Hier ist Bayern 3 mit dem aktuellen Wetterbericht ein... Habt ihr gar keine Lehrlinge mehr? Ich will doch keine mehr so früh aufstehen. Wir haben es euch ins Hirn geschissen. Hast du das gesehen? Der Meierseppe macht einen Laden auf. Mit Fertigklump aus Tschechien. Wir sind besser. Äh, Maxl, das ist doch nicht euer Ernst, oder? 120 sind sie mittlerweile und davon kämmt sie nicht mehr runter. 120.000? Euro? Ja, wenn's Lira wären, gell? Hat da jemand Angst vor der neuen Konkurrenz? Du, äh, überhaupt nicht. Ich habe Beziehungen mehr lieber. Ich habe internationale Connections bis nach Dubai. Ich wünsche dir viel Erfolg, Franzi. Internationale Connections? Macht sie eigentlich nur diesen unglaublichen Christstollen? Wenn wir hier keine Kunden mehr haben, dann suche ich mir einfach neue Kunden. Woanderswo. Und wo genau? Hinter Istanbul links. Das gibt's ja nicht. Franzi. Oh! Oh! Entschuldigung! Bitte, nehmen Sie es als süße Entschuldigung. Wer warnt ist? Das magst du gar nicht wissen. Ich habe einen Auftrag. Ich muss in sieben Tagen 3000 Christstollen packen. 3000? Wenn der Papa das wüsst, was wir hier machen. Morgens um halb vier. Guten Tag. Sei es grüß Gott. Und Fasching ist auch noch nicht. 104. 514. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Vielen Dank.